3, 2, 1, live. Hallo, herzlich willkommen zum Hangout im Rahmen der Reihe Fachgespräche on Air. Wir haben heute zwei Experten, drei Schlagwörter und hoffentlich gleich ein paar mehr Zuschauer. Wir müssen jetzt nämlich einmal schnell umbauen, weil die Seite, über die wir normalerweise streamen, sehr schlecht erreichbar ist, weswegen wir gerade mal schauen, dass wir den Link aus dem Google Plus Kanal kriegen und dann zumindest über unsere Social Media Kanäle verbreiten können. Dafür gucke ich jetzt mal, ob ich den finde. Okay, ich poste ihn mal in den Chat und wenn ihr mögt, könntet ihr damit jetzt nochmal eure Social Media Kanäle bedienen. Okay. 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 Immerhin hat der Chat jetzt schon fünf Leute, also zumindest gibt es eine Chance, dass man auf die reguläre Seite kommt, auch wenn es sehr langsam ist. Man hörte viel tippen. So. Also zumindest geht es technisch, weil wir sehen jetzt hier schon zumindest einen Viewer auf dem Kanal. Wir sehen im Live-Room auf Collabatory.de fünf Zuschauer und wie wir Pädagogen gerne sagen, die, die da sind, sind immer die Richtigen. Also fangen wir an. Und nochmal für alle, die neu dazugekommen sind, die Begrüßung zum Hangout Fachgespräche on Air zum Thema offenes Wissen mit Open Access und Open Educational Resources. Also drei riesige Schlagwörter auf minimalem Platz in einer Überschrift untergebracht. Das können wir hoffentlich jetzt sortieren, mithilfe von zwei Experten. Wir haben Christian Heise von der Uni Lüneburg dabei, Leuphana Universität Lüneburg und Dr. Markus Daimann von der Fernuni Hagen. Ich würde die beiden gleich als erstes bitten, sich selber vorzustellen. Ich möchte vorher noch kurz zum Hintergrund dieser Reihe insgesamt erklären. Die Fachgespräche on Air sind ein Ergebnis aus der Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft, gestartet vom Collabatory Ende des Jahres 2012. In dieser Initiative haben über 30 Experten aus ganz verschiedenen Bereichen diskutiert, wie Lernen in der digitalen Gesellschaft aussehen kann. Ende Januar sind wir damit fertig geworden. Und als Ergebnis haben wir zum einen ein Buch, was Anfang April veröffentlicht wird, zum anderen diese Online-Gesprächsreihe. Und heute mit zwei Experten aus einer Arbeitsgruppe, die nannte sich OER-Aufklärung im Rahmen der Initiative. Warum die so hieß, ob das passte oder nicht, werden wir sicher auch noch innerhalb des Gesprächs erfahren können. Wir haben vereinbart, dass wir ungefähr Hälfte, Hälfte 20 Minuten Inputs, 20 Minuten Diskussionen machen. Der Input läuft direkt über Christian Heise und Markus Daimann. Werden wir gleich hören und hoffentlich ein paar Folien dazu sehen. Und wenn Sie jetzt nicht die Aufzeichnung sehen, sondern live dabei sind, können Sie auch Fragen stellen über den Chat oder über die Kommentarfunktion. In den ersten 20 Minuten sammle ich die Fragen oder Beiträge und ansonsten danach können wir das gleich live für die Diskussion nutzen. Aber fühlen Sie sich frei, den Chat auch schon vorab zu nutzen für eigene Gedanken zwischendurch, die Sie mit den anderen Zuschauern und Teilnehmenden teilen wollen. Jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Bitte unsere beiden Experten, sich zunächst kurz selber vorzustellen und dann mit der Präsentation zu starten. Markus, ich würde sagen, du fängst an, ne? Ja, gerne. Markus Daimann, mein Name. Bin hier an der Fernuniversität in Hagen. Fernuniversität, wir sind keine klassische Präsenzuniversität, sondern unterrichten gestützt durch Technologie. Ich bin jetzt hier auch schon im siebten Jahr und habe mich auch davor schon lange Jahre mit, wie es damals so schön hieß, neuen Medien oder E-Learning beschäftigt. Bin dann ab 2007, 2008 durch ein EU-Projekt zum ersten Mal auf das Thema Open Educational Resources aufmerksam geworden. Ich habe das dann weiterverfolgt und gerade in den letzten ein, zwei Mal sehr viel dazu passiert, sodass ich das auch so als mein jetziges Forschungsschwerpunktthema auserkoren habe. Und mein Ziel ist da, neben der Aufklärung, wie die Gruppe ja auch hieß, etwas mehr theoretische, philosophische Substanz beizusteuern. Ja, ich bin Christian Heise, bin seit, lange eigentlich, seit August 2012 erst an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und mein Telefon klingelt die ganze Zeit. Einen Augenblick mal ganz kurz. Du, ich bin da drin im Hangout, da will ich zurückrufen. Ciao. Bin gerade am Telefon, Entschuldigung, aber ich weiß noch nicht, deswegen, ich bin erst recht kurz hier, ich weiß noch nicht, wie man dieses Telefon, selbst wenn man den Hörer abnimmt, klingelt es trotzdem. Ein kurzer Sinn, ich bin am sogenannten Hybrid Publishing Lab, wir sind am Innovationsinkubator der Leuphana-Universität Lüneburg. Das ist mit EU-Regionalen Entwicklungsfonds, Gelder, gefördertes, neues, großes Experiment. Und in dem Teilbereich, an dem Schwerpunkt digitale Medien, an dem wir angesiedelt sind, des Hybrid Publishing Labs, beschäftigen wir unter anderem uns mit der Zukunft der wissenschaftlichen Kommunikation als Ganzes, vor allem aber auch mit dem Schwerpunkt Open Access und dann nachgelagert Open Educational Resources, aber auch anderen Aspekten, die mit dem kompletten Thema wissenschaftliche Kommunikation zu tun haben. Ich selber komme eigentlich mehr aus der Verlagsbranche. Ich bin studierter Politologe und bin direkt nach dem Studium bei Zeit Online angefangen und war da sozusagen Verlagsmanager. Ich bin dann zur deutschen Presseagentur gegangen und habe auch bei der deutschen Presseagentur, wie eben schon vorher bei Zeit Online festgestellt, dass eine Promotion neben der Arbeit für mich nicht so ganz funktioniert. Deswegen dachte ich mir, der schlauste Schritt wäre, wenn promovieren zurück an die Uni, das habe ich jetzt gemacht. Und ich promoviere in dem Themenbereich auch zum vielleicht ein bisschen übergeordneten Thema Open Science, also die Öffnung des gesamten wissenschaftlichen Forschungs- und Wissenschaftsprozesses. Aber ich glaube, dann können wir auch schon fast direkt einsteigen, oder, Johann? Gut. Ich glaube, wir haben die Aufteilung so gemacht, Markus widerspricht mir, wenn ich falsch liege, aber, dass ich erstmal kurz grundsätzlich was zu Open Access sage, dann rübergebe an Markus und wir vielleicht abschließen, weil wir haben gar nicht so besonders viele Folien. Wir wollen auch schön viel Zeit für die Diskussion haben, wollen aber trotzdem auch einen sehr guten Einblick bieten, dass wir zum Abschluss noch ein bisschen Zeit haben, sozusagen, wo sind eigentlich so ein bisschen die Schnittmengen oder was könnte man sagen, was vereint eigentlich die zwei Schlagwörter, mit denen wir uns hier beschäftigen, Open Access und Open Educational Resources. Das wäre jetzt eine ganz gute Überleitung eigentlich an mich selbst, und zwar Open Access und Open Educational Resources haben nämlich eins gemeinsam, es geht im Großen und Weiten um die Öffnung von Wissen. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen versuchen, Open Access ein bisschen zu erklären, warum es das überhaupt gibt, wie lange es das schon gibt und warum das äußerst sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Und wir sehen jetzt hier die erste Folie, die wir vorbereitet haben, die eine ganz klare und eigentlich offene Definition von dem ist, wie ich und ich glaube auch sehr viele andere Wissenschaftler Wissenschaft verstehen, und zwar sagen wir, dass Wissenschaft natürlich von der freien und offenen Kommunikation lebt und dass das letztendlich auch ein fundamentaler Umstand ist in der digitalen Welt, spätestens aber auch schon vorher für den Austausch und für das Verständnis von Wissenschaft. Wenn man sich so diesen Satz anguckt, glaube ich, würde jeder Wissenschaftler nicken und sagen, ja, stimmt. Wenn man sich demgegenüber die Realität anguckt, wie wissenschaftlich kommuniziert wird, nicht nur in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, sondern auch weit darüber hinaus, stimmt das einfach nicht, was wir da auf die Folie geschrieben haben. In der Realität ist es nämlich ganz anders, und zwar ist es ein, wie ein guter Freund von mir, der sich mit dem Thema auch schon etwas länger beschäftigt, eigentlich ein Zustand, in dem wir uns in einem sehr ungewöhnlichen Geschäftsmodell zwischen Universitäten beziehungsweise wissenschaftlichen Mitarbeitern, ihren Bibliotheken und wissenschaftlichen Verlagen befinden. Es ist so, um den Ablauf mal so ein bisschen zu erklären, wie das mit dem Publizieren aus der Wissenschaft heraus funktioniert, dass wenn ich als mit staatlichen Geldern, gut, EU-Gelder sind auch staatliche Gelder, finanzierter Wissenschaftler etwas erreichen will, und das schaffe ich in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft im großen Teil nur, wenn ich viel forsche und auch viel publiziere, dann muss ich diese Publikation auch veröffentlichen. Wenn ich möchte, dass diese Publikationen dazu führen, dass meine wissenschaftliche Reputation, also meine Anerkennung im wissenschaftlichen System steigt, dann muss ich schon in einem der etwas bekannteren Journals beziehungsweise Verlage veröffentlichen. Und das funktioniert nur mit einem sehr ungewöhnlichen Modell, und zwar dem, dass der Wissenschaftsverlag quasi meine Publikation bekommt, andere Wissenschaftler in ihrer staatlich finanzierten Arbeitszeit damit beschäftigt werden, diesen Beitrag sich anzugucken und diesen auch auszuarbeiten. Im Optimalfall gibt es noch eine Aufwandsentschädigung für die. Und letztendlich wird diese Publikation oder diese wissenschaftliche Forschungskommunikation, die ich anstrebe, dann über einen zeitweise doch recht langen Zeitraum, also sowas kann man gerne sechs Monate bis zwei Jahre dauern, obwohl zwei Jahre da sehr extrem ist, publiziert von diesem Verlag. So. Mit der Publikation in diesem Verlag freue ich mich natürlich sehr, weil es sich um einen sehr renommierten Verlag oder ein sehr renommiertes Journal, wie Nature zum Beispiel, handelt. Und ich die Möglichkeit habe, da an eine weite Wissensgemeinschaft oder Wissenschaftsgemeinschaft meine Forschungsergebnisse und damit auch meine Forschung zu kommunizieren. Diese steht aber witzigerweise meiner eigenen Universität im schlimmsten Fall gar nicht zur Verfügung. Das heißt, ich werde mit Staatsgeldern finanziert, schreibe eine Forschungspublikation und meine eigene Bibliothek an meiner eigenen Universität muss diese Publikation zurückkaufen, um sie anderen Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen. Und das ist, auch wenn ich das jetzt ein bisschen kurz versucht habe zu erklären, eigentlich ein Umstand, der ziemlich abstrus ist, weil warum soll letztendlich eigentlich der Staat an einer staatlichen Universität zweimal dafür zahlen, dass eigentlich ein Wissenschaftler einmal mich oder mich bezahlen, dass ich diese Forschung betreibe und dann nochmal über die Bibliothek den Verlag bezahlen, der diese Publikation quasi wiederum ihm zur Verfügung stellt. Und das ist so ein bisschen der Umstand, aus dem dieses, was ich vorhin ungewöhnliches Geschäftsmodell genannt habe, wie das ein bisschen zu erklären ist und woraus auch dann vor weit über zehn Jahren die ersten Bewegungen zu sehen waren, dieses Geschäftsmodell zu verändern oder zumindest leicht zu modifizieren. Wenn wir mal auf das nächste Slide gehen, glaube ich, das wäre, glaube ich, ein ganz guter, genau, das hatte ich gerade eben gesagt, weder offen noch frei, das waren die Punkte mit der Bibliothek, deswegen auch im Hintergrund dieses schöne Bild. Jetzt nochmal eins weiter genau, da kommen wir nämlich zu der Beschreibung, was ist eigentlich Open Access und bis gerade eben habe ich erklärt, was das Problem ist, jetzt versuche ich zu erklären, was die Lösung des Problems sein könnte, meiner Meinung nach ist. Das ist nämlich Open Access. Da geht es darum, diesen Umstand, den ich gerade versucht habe, zu erklären, eben anders dazu oder anders zu gestalten. Um es vom Vorhinein zu sagen und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit ins Detailwissen schon reingegangen und ich hoffe, alle konnten mir folgen, geht es nicht darum, bei Open Access Verlage zu eliminieren. Also es geht nicht darum zu sagen, hey, Open Access, deutsch übersetzt, offener Zugang, alle Publikationen, die wir als Wissenschaftler im Rahmen einer staatlichen Förderung machen, sollen jetzt komplett ohne Verlage publiziert werden. Die Verlage haben ihre Daseinsberechtigung, ich glaube, da wird Markus vielleicht später auch nochmal was im Rahmen von Open Educational Resources sagen. Es gibt Punkte, wo Verlage auf jeden Fall Sinn machen und auch helfen können, die wissenschaftliche Kommunikation oder auch die Publikationsvertreibung zu übernehmen, aber meines Erachtens, und das ist immer das Schlagwort, was ich da gerne einführe, nicht mit einer Gewinnmargin, die höher ist als die von Apple. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, deswegen sage ich und auch viele andere, Open Access als offener Zugang zu öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Publikationen muss kommen und kann auch mit Verlagen kommen. Die müssen aber eben ihr Geschäftsmodell dort ein bisschen ändern. Und das ist so ein bisschen die Frage und die Krux, mit der sich viele Leute jetzt, wie gesagt, seit über zehn Jahren, als das Thema durch die Budapest Open Access Initiative das erste Mal so erklärungstechnisch erfasst wurde, ist so ein bisschen das Ziel, worauf wir eben abzielen. Die Idee dahinter ist eben zu sagen, dass man Publikationen, wenn meine Arbeitszeit durch öffentliche Gelder finanziert wird, sofort im Optimalfall, das ist der sogenannte goldene Weg, der grüne Weg wäre nach sechs Monaten jedem frei zur Verfügung stellt und frei, beziehungsweise Schrägstrich offen heißt in dem Fall wirklich offen nach der Open Definition. Das heißt, die einzige Bedingung, die an diese Dokumentation oder an meine Kommunikation geknüpft ist, ist halt eine Namensnennung. Alles andere sollte aber frei sein. Und darum geht es im Großen und Ganzen bei den Veränderungsprozessen rund um Open Access. Das heißt, wenn wir wieder zu dem Modell vorhin zurückkommen, wo ich publiziere, zu einem Wissenschaftsverlag gehe, dieser diese Publikation erstellt und vertreibt und dann wiederum an meine Uni verkauft, dass dieser Weg geändert wird. Insofern, dass ich sage, ich publiziere, ich publiziere mit dem Verlag Open Access und da kommt jetzt die Verlage wieder ins Spiel. Die Verlage helfen mir bei dem Vertrieb und bei der Erstellung meiner Kommunikation, aber auch bei der Überprüfung der wissenschaftlichen Richtigkeit meiner Publikation, werden aber entweder von mir, beziehungsweise aus meinem Forschungsprojekt im Vorhinein bezahlt und müssen die Publikationen am Ende dann aber offen jedermann und jederzeit über die Open Definition definiert offen zur Verfügung stellen. Das ist so ein bisschen der Weg. Da würde jetzt jeder Wissenschaftler ausschreiben und sagen, hey, stopp, warum muss ich denn jetzt eigentlich dafür zahlen, das publiziert wird, weil, und da kommen wir nochmal zurück, es geht nicht um die komplette Ausmerzung des Verlags Geschäftsmodells, sondern es geht eben darum, um das Geschäftsmodell insofern zu ändern, dass jeder Bürger, der mit seinen Steuergeldern Wissenschaft finanziert, die Möglichkeit hat, jederzeit und recht schnell auf wissenschaftliche Publikationen, die in diesem Forschungsprozess entstanden sind, zuzugreifen. Und das hat für mich auch ein bisschen was mit Gerechtigkeit zu tun, hat im Großen und Ganzen, und das ist der Kern- und Angelpunkt, glaube ich, bei Open Access und aus meinem Verständnis, und dann leite ich auch gleich weiter rüber zu Markus, für Open Educational Resources, die Lizenz zu fragen. Und die können letztendlich, kann nur zusammen mit den Verlagen gearbeitet werden, aber Wissenschaft muss frei sein, Wissenschaft muss offen sein, Wissenschaft muss für jeden verfügbar sein, der letztendlich spätestens durch Steuergelder, also steht spätestens, wenn staatlich Finanzierung mit drin ist, muss davon partizipieren können. Soweit, glaube ich, erstmal zu Open Access, und ich hoffe oder freue mich natürlich nachher, nachdem ich meinen Scheuklappenblick auf Open Access dann nachher durch Fragen ablegen darf, auf spannende Fragen, die vielleicht Unklarheiten in meiner jetzigen Erklärung nochmal hinterfragen. Okay, dann übernehme mal ich, können wir eine Folie weiter, danke. Ich würde da jetzt gerne einen Aspekt noch hinzubringen, also Christian hat ja schon sehr schön erläutert, die fundamentale Bedeutung der Offenheit für Wissenschaft insgesamt. Wenn wir jetzt auf den Lehr-Lern-Bereich blicken, ein Aspekt, den ich da besonders stark machen will, ist das Teilen. Also da gibt es so einen berühmten Ausspruch von David Wiley, einem der Pioniere auch der Open Education Bewegung, der sagt, ohne Teilen gibt es überhaupt gar keine Bildung, kein Lehren und Lernen. Das heißt, Schüler, Studenten, Lehrende, Dozenten und so weiter schließen sich zusammen, um sich auszutauschen über ihre Lehrmaterialien, über Dinge, die sie da bearbeiten. Und klassischerweise, so sehen wir das ja hier auf dem Bild, hinten dran ist es ja so, dass ich in einem geschlossenen Raum bin, sei es im Vorlesungssaal, Seminarraum oder im Klassenzimmer und von der Außenwelt nicht so viel mitbekomme. Und wie es Christian schon gesagt hat, Schulbuchverlage da auch so eine Gatekeeper-Funktion gespielt haben. Das hat sich jetzt geändert dadurch, dass wir über das Internet uns auch viel stärker vernetzen können. Und da, ich habe noch so ein Stichwort, das ich da geben möchte, der sogenannte Napster-Effekt. Also das kennen wir ja schon vor zehn Jahren, als da so ein amerikanischer junger Mensch Napster programmiert hat und wir auf einmal gemerkt haben, zu was das Internet eigentlich in der Lage ist. Nämlich, dass wir uns direkt, also Peer-to-Peer, vernetzen können, ohne über einen Zentralserver, also sei es jetzt Schulbuchverlag oder die Person des Lehrenden gehen zu müssen. Und da kann man auch sehr gut, denke ich, die Bedeutung von Open Education Resources erkennen. Nämlich, ich kann mich dann direkt mit Lehrenden, Lernenden auf der ganzen Welt vernetzen. Das ist auch interessant. Also das kann man auch sehr schön nachzeichnen in der Entwicklung, mit der ich mich ja beschäftige. Weil zunächst hat ja Open Education Resources auch angefangen, so wie es bei Open Access ist, überhaupt erstmal einen Pool an Materialien zur Verfügung zu stellen. Und renommierte Einrichtungen wie MIT oder die Open University in England haben dann mit begonnen, alle ihre Materialien frei zur Verfügung zu stellen mit Skripten, Vorlesungsmitschnitten, Literaturlisten und so weiter. Nur dann hat man ja gemerkt, Moment mal, Open Access, freier Zugang ist ja noch kein Lernen, keine Bildung. Da brauchen wir ja noch mehr. Und genau dann kommt eben diese Vernetzung mit ins Spiel. Und da würde ich jetzt gerne noch ein weiteres Stichpunkt einwerfen, nämlich die sogenannten Massive Open Online Courses, die ja ab 2008 von kanadischen Wissenschaftlern entwickelt wurden, weil die eben auch genau begriffen haben, dass das Internet uns ja erlaubt, uns viel besser, viel ungezwungener, viel leichter zu vernetzen. Warum machen wir es nicht? Und daraus ist eben auch eine neue Entwicklungsstufe entstanden, der Open Education Resources Bewegung. Und jetzt können wir vielleicht mal eine Folie weitergehen. Genau, also in der Realität sieht es eben leider oft noch anders da aus. Deswegen arbeiten wir auch sehr stark missionarisch, nämlich auch klärungsmäßig, dass wir sagen, wir müssen den Leuten erstmal klar machen, was selbst sie für Chancen haben, freie Lizenzen zu verwenden. Da gibt es ja die bekannteste, aber nicht die einzige, ist ja die Creative Commons Lizenz, die ein sehr schön abgestuftes Modell hat mit Lizenzverträgen, die ich als Ersteller einer Ressource verwenden kann, um meinen Mitlernern oder der ganzen Welt explizite Nutzungsrechte einräumen kann. Und da sind wir eigentlich dann auch gleich mit einem Schlag aus dieser ganzen unklaren Rechtslage raus, nämlich in dem Moment, wo ich meinen Podcast, meine Präsentation, mein Paper offen lizenziere, sage ich der Welt, ihr könnt es benutzen, kann natürlich noch die Bedingungen einräumen, kommerziell oder nicht, aber kann sagen, ich trage dazu bei, was ja das aller, aller übergeordnete Ziel ist, der Open Education Resource Bewegung, Wissen ist ein kollektives Gut, so wie Luft, Wasser hat man früher gesagt, aber es ist auch nicht mehr so ein gutes Beispiel, wie ich mal gelernt habe. Also sagen wir mal eher, Bildung, Wissen ist ein kollektives, freies Gut und dadurch, dass ich eben meinen Teil dazu beitrage, durch freie, offene Lizenzierung wächst dieser Pool immer weiter an und alle können sich daraus bedienen und auch erstmal ist man da schon ein Stück weit raus aus dieser juristischen Ecke. Da sind natürlich sehr viele Spitzfindigkeiten noch dabei, gerade wenn es darum geht, ich will Dinge weiterverwenden, die ich bei jemandem gefunden habe, kenne aber da nicht alle genauen Bedingungen, also man darf es auch nicht unterschätzen, aber das würde jetzt an der Stelle eh viel zu weit führen. Wichtig ist erstmal zu wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass ich als Einzelner dazu beitragen kann, diese Vernetzung zu erschaffen und einen kollektiven Pool an freien, offenen Ressourcen zu erstellen. Dann können wir vielleicht noch mal eine Folie weitergehen, genau, also es geht bei OER um die freie Verwendbarkeit und den offenen Austausch, das sind genau die zwei Aspekte. Hier im Hintergrund sehen wir jetzt wieder eine Tafel, wenn wir an unsere Schulzeit oder unsere Studienzeit zurückdenken, war es ja so, man hat im Seminar die Aufgabe bekommen, halt ein Referat zu Thema XY, ist mal losgezogen und seine Fachbereichsbibliothek hat sich Bücher besorgt, Internet gab es damals noch nicht so, hat eben dann die Sachen verdichtet, zum Referat hat es ausgearbeitet, vorgetragen, Schein bekommen, nach Hause gegangen, glücklich gewesen. Will sagen, das ist dann auch alles wieder in so einem geschlossenen Raum geblieben. Heute durch das Internet habe ich erstmal die Möglichkeiten, auf viel mehr Ressourcen zuzugreifen, wie die Qualität da ist, das sage ich dann, das ist jedem selbst überlassen, auch das herauszufinden, ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht. Aber der Punkt ist, dass ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe, Wissen, Ressourcen zu finden. Kann dann also dadurch mein Referat erstellen, diskutieren und danach nicht nur im geschlossenen Raum lassen, sondern das ist ja auch eine dieser MOOC, also dieser klassischen MOOC-Prinzipien, nämlich Feed Forward. Das heißt, behalte es nicht auf deinem lokalen Rechner, auf deiner Festplatte, sondern stell es online irgendwo, so dass die Welt drauf zugreifen kann. Und dann haben wir schon wieder diesen Austausch und gewissermaßen schließt sich dann auch der Kreis, weil je mehr ich reinstelle, desto größer ist auch die Chance, dass andere was Passendes für sich finden. Also es ist ja auch so, dieser Longtail-Effekt, den Anderson schon vor ein paar Jahren da prognostiziert hat, ist schon ein Stück weit eingetreten. Gut, haben wir da noch eine Folie? Oder sind wir da durch? Okay, also ich denke, dass diese zwei zentralen Aspekte, also nochmal zusammengefasst, von Christian eingeführt, die besondere Bedeutung von Open Access, also wirklich auch der freie Zugang, aber auch die Verwendbarkeit. Und das leitet dann auch wieder über zu Open Educational Resources, weil wenn ich lernen will, dann muss ich die Dinge auch bearbeiten, verändern, Mesh-Up und so weiter machen, also dass ich da ein Produkt erstelle, das so wie es klassischerweise früher auch das Seminarpapier war oder die Präsentation. Und das ist mit einer freien Lizenz sehr viel besser möglich. Aber dann eben auch nicht zurückhalten, sondern wenn möglich vernetzen über digitale Werkzeuge, SlideShare zum Beispiel, kann man sich auch sehr schön vernetzen. Genau, also ich glaube, dass das, was Markus sagt, ist genau der spannende Punkt. Also eigentlich gibt es bei beiden Bewegungen, Schrägstrich Bestrebungen, recht klare, eindeutige Ansätze, die bei beiden gleich sind. Beide kämpfen ganz viel mit Lizenzen umher. Beiden geht es ganz viel um Weiterverwendung und Weiterbearbeitung. Und letztendlich ist es aber so, dass diese beiden Bewegungen bisher zumindest geführt und vor allem auch in Deutschland ein bisschen getrennt ablaufen. Von daher kann man an der Stelle auch nur noch mal sagen, dass auch wenn die Zielgruppe vielleicht beider Bewegungen unterschiedlich sind, Open Educational Resources im Sinne von Schule, von Lehr- und Lernmaterialien, aber auch von Lernmaterialien an Universitäten und Open Access eigentlich mit einem ganz klaren Fokus auf wissenschaftliche Publikation und Reputation in einem fast wissenschaftlich geschlossenen Informationskreis, dass beide aber durch die beiden Grundsatzbedingungen in Zukunft ganz klarer als Bewegung stärker zusammenarbeiten sollten, spätestens auch aus dem Aspekt, den Markus so schön erläutert hat, wenn die Tafel weiß bleiben muss, weil im Sinne der Wissenschaft keine Informationen zur Verfügung stehen, die frei verwendet werden können, die dann wiederum an Schulen oder auch an Universitäten gelehrt werden können, dann hat unser Bildungssystem noch gleich das nächste Problem. Vielen herzlichen Dank erstmal für euren Input. Wir haben schon eine ganze Reihe von Fragen auf den verschiedenen Plattformen gesammelt. Für alle diejenigen, die es jetzt noch live schauen und eine Frage loswerden wollen, im Live-Vorm auf kollabatory.de schaue ich, ob da Fragen sind und unterhalb des YouTube beziehungsweise Google Plus Streams auch. Und wer jetzt eine Frage nicht hier wiederfindet, möge bitte nochmal auf einem der Kanäle Bescheid sagen, dann sammeln wir die auch noch ein. Drei Fragen, die sich alle erstmal auf den Bereich Wissenschaft beziehen. Und zwar zunächst schrieb Lore Rees, die Bezahlung der Publikation von öffentlich geförderten Arbeiten muss im Projekt enthalten sein. Richtig verstanden. Und dazu nehme ich gleich eine zweite Frage von Dennis Schäffer, die dazu passt. Gibt es eine ungefähre Hausnummer, was mich das als Projekt kosten würde, wenn ich den Verlag quasi nur als Dienstleister einkaufe? Zwei Fragen, die sehr gut zusammenpassen, weil es in Deutschland eine schöne Antwort darauf gibt. Ja, am besten sollte bei der Antragsschreibung und bei der Forschung berücksichtigt werden, dass Publikationskosten anfallen. Das ist jetzt zum Teil schon der Fall. Die wären natürlich höher im Bereich von Open Access, weil der Verlag natürlich dann zu Recht auch behaupten wird, dass er diese offenen Publikationen nicht mehr so schön verkaufen kann, was vor allem bei dem goldenen Weg, also der sofortigen Veröffentlichung der Publikation, der freien Veröffentlichung der Publikation der Fall ist. Aber die DFG bewegt sich, das ist die deutsche Forschungsgemeinschaft, schon seit Jahren in dem Bereich Open Access, was überraschenderweise gar nicht viele Universitäten in Deutschland nutzen. Und zwar ist es so, dass die bei einem sogenannten Open Access Fonds haben. Das bedeutet, sie übernehmen, wenn die Uni bei der DFG bei diesem Fonds mitmacht, 75 Prozent der Publikationskosten, was eigentlich recht viel ist und in einigen Fällen, glaube ich, auch dafür ausreichen sollte, das restliche zusätzliche Geld, was für eine Open Access Publikation notwendig ist, doch sehr elegant auch über die DFG aufzutreiben. Und eine Publikation an sich ist, es gibt keinen Einheitswert, weil es auch über die unterschiedlichen Wissenschaften unterschiedlich stark verteilt ist. Es gibt auch unterschiedliche Publikationsarten, also von einer Monografie über einen Journal-Artikel, über Datenpublikationen. Aber das kann sich bewegen zwischen 500, die man bei Open Access Verlagen wie PeerJ oder Plus One bezahlt, bis hoch zu 3.000 Euro. Und die DFG übernimmt, wie gesagt, glaube ich, 75 Prozent, ich muss jetzt lügen, das kann man aber auf der DFG-Seite auch nachprüfen, glaube ich, bis maximal 2.500 Euro oder so was in dem Dreh. Also von diesem Aspekt her, ja, man muss es mitdenken, zukünftig auch. Ich glaube, dass man hier auch ganz doll aufpassen muss, dass die Verlage jetzt nicht ein neues, ungewöhnliches Geschäftsmodell entwickeln im Rahmen der Publikationskostenübernahme durch den Forschenden oder die Forschungsinstitutionen. Ich glaube auch, dass die Universitätspressen oder die Universität an sich sich nochmal überlegen muss, ob sie ihr abgegebenes Monopol in dem Bereich Universitätspresse und Druck von eigenen Büchern nicht wieder aufnehmen oder sich zumindest damit beschäftigen. Es gibt viele Bestrebungen mit Open Access Verlagen in Deutschland, unter anderem auch an der Uni Hamburg zum Beispiel. Ich glaube aber, dass das alles Punkte sind, die man von vorne hinein mit berücksichtigen sollte und wo auch die Rahmenbedingungen seitens des Gesetzgebers so perspektivisch geändert werden sollten, wie es in anderen Ländern jetzt schon der Fall ist, wo sobald staatliche Finanzierung mit drin ist, die Institutionen dazu überredet werden sollten, sagen wir so, nicht gezwungen, aber überredet werden sollten oder mit Anreizen versehen werden sollten, wenn diese Open Access publizieren und zwar im Optimalfall Gold und nicht nur grün, was eben bedeuten würde, dass ein bisschen zeitlicher Verzug drin ist und damit Verlage eben auch noch über diesen Verzug natürlich Geld verdienen können. Ich hoffe, das war eine gute Beantwortung für die sehr gute Frage. Das waren hervorragende Antworten auf die zwei Fragen. Ich habe noch zwei weitere. Ich stelle sie mal nacheinander. Wir gucken erst mal auf die eine, die ist auch von Dennis Schäffer. Gibt es eine Empfehlung für die Wissenschaft, welches freie Lizenzgefüge sich am ehesten eignet? Also ist Creative Commons nur das bekannteste oder auch das Mittel der Wahl? Ich überlege gerade, ob ich persönliche Meinungen da trenne. Nö, ich glaube, ich bin in beiden Fällen der gleichen Meinung. Ich glaube, dass Creative Commons auf jeden Fall die richtige Wahl ist und wenn wir wirklich über das Thema Offenheit sprechen und ich hatte vorhin die Open Definition erwähnt, also ich verstehe Open Access nicht als Offenheit im beschränkten Maße, dass man nur eine Creative Commons Lizenz nehmen muss, meinetwegen aber auch die sogenannte Non-Commercial, also nicht kommerzielle Weiterverwendungslizenz nimmt. Ich verstehe Open Access und vor allem auch Offenheit wirklich zur komplett offenen Nutzung. Und wenn man da schon eine Einschränkung machen will, weil es gibt auch eine sogenannte CC0 Lizenz, die bedeutet, es ist alles frei, wirklich komplett offen. Jeder kann damit machen, was er will, finde ich und das hat wieder auch ein bisschen was mit dem Thema wissenschaftliche Reputation zu tun, dass die beste Lizenz war die sogenannte CC BY Lizenz. ist also Creative Commons BY Lizenz, wo außer der Namensnennung das Dokument wirklich offen ist und auch als Free Culture Dokument anerkannt wird. Es gibt dabei aber eine Herausforderung und die Kritik würde vermutlich jetzt von einem Open Access Gegner aus der Wissenschaft kommen, der nicht mal zwangsläufig in einem Verlag arbeiten muss, womit er nicht ganz Unrecht hat, ist, dass die Creative Commons Lizenz bisher noch ein kleines Problem damit haben, wenn es um mehr autorige Publikationen geht und die gibt es in der Wissenschaft vor allem sehr, sehr viele. Das wird sich aber in diesem Jahr ändern mit der Creative Commons 4.0 Lizenz, wir sind jetzt gerade bei 3.0, da soll das Problem adressiert werden, das heißt, mein Vorschlag wäre, wenn man da ein bisschen zweifelhaft ist mit dem Thema Lizenzen und sich vielleicht jetzt noch nicht mit dem Thema Open Access beschäftigen kann, will oder darf, sollte spätestens mit der Creative Commons 4.0 Lizenz, die im Laufe dieses Jahres kommen sollte, sollte jeder Wissenschaftler, der durch Steuergelder finanziert ist, seinem eigenen Anspruch hoffentlich gerecht werden und seine wissenschaftlichen Kommunikationen so zu öffnen, dass jedermann jederzeit davon profitieren kann, auch OER. Ich würde gleich dann zwei Details nachhaken, das eine ist, was ist das Problem mit den Mehr-Autoren-Publikationen und das zweite, das ist so halbwissend von mir, ist es richtig, dass die CC0 Lizenz in Deutschland nicht rechtssicher ist, während die anderen CC-Lizenzen ja schon halbwegs mal geprüft worden sind. Ja, wenn ich etwas sagen darf, also die CC0 Lizenz, soweit ich weiß, ist in Deutschland deswegen problematisch, weil wir keinen gemeinfreien Raum haben, im Unterschied zu den USA. Richtig. Und ich wollte noch was zur vorgehenden Frage sagen, und zwar, so wie ich das mitbekommen habe, weil ich mich auch schon einige Jahre damit beschäftige, ist auch immer so zu beachten, was will man denn eigentlich? Und bei diesen ganzen, also Frage, ist jetzt Creative Commons, das Maß der Dinge, die Wahrheit? Sollte man immer genau bedenken, was will ich erreichen? Also geht es um Offenheit oder geht es um Verbreitung, geht es um Bekanntwerden, also Marketing und nur exemplarisch dazu, die Diskussion um die Verwendung der NC, also Non-Commercial Lizenz, da gab es große Diskussionen, weil eigentlich würde man denken, ich will nicht, dass meine, also wenn wir jetzt wieder von Open Education und Resource Bereich sprechen, ich will nicht, dass meine Lernmaterialien von irgendwelchen Unternehmen kommerziell genutzt werden, also mache ich NC. Andere sagen dann, nee, warum nicht, damit schneidest du ja ein Stück vom Kuchen ab oder beschränkst du dich ja selbst, also erlaubt kommerzielle Nutzung auch, aber dadurch so, dass die das eben auch unter gleichen Bedingungen nutzen müssen oder dass eben überhaupt diese Lizenz bekannt wird, also dass es das gibt und auch, also dass es zu so einer Verschmelzung kommt zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Interessen und das muss man auch immer bedenken, also da gibt es, sind wir so ein bisschen nachgelagert, zum Teil wirklich sehr gute Diskussionen darüber, weil man erst mal so überrascht war, dass es das gibt und das ist ja auch, wenn man sich die Creative Commons Webseite anguckt, alles sehr schön gemacht, da kann man sich durchklicken, dann bekommt man entweder so einen Codeschnipsel, den man dann auf seine Webseite stellen kann oder man kopiert es auf sein Paper und ist alles wunderbar, aber so die ganzen Prozesse, also das ist eben nicht trivial, die ganzen Prozesse, die dahinter stehen, die werden erst nach und nach jetzt so aufgearbeitet und diskutiert. Dazu kommt ja auch nochmal der Umstand bei der nicht kommerziellen Nutzung, dass das nach meinem Wissen nach EU-Recht ganz, ganz schnell greift, also ich las von dem Beispiel, dass auch schon, wenn ich diese Texte drucke und dann einfach nur zum Druckkostenpreis weitergebe, unter kommerzielle Nutzung gefasst werden würde. Ich würde gerne noch einmal die zweite, zweiten Teil der Frage aufgreifen, wie ist es mit der Mehrautorenschaft, warum ist das problematisch? Das ist zum Teil auch ein bisschen was mit sehr rechtlichen, also es gibt auch eine ganz große Debatte dazu jetzt im Rahmen der Neuerstellung und vor allem der Verallgemeinheitlichung von Creative Commons, aber es hat was mit rechtlichen Aspekten zu tun, dass eine unterschiedliche Auswahl von Lizenzen über mehrere Autoren bisher noch nicht wirklich gut möglich ist. Also das ist ähnlich wie bei der CC0-Lizenz, die in Deutschland eben insofern problematisch zu betrachten ist, das ist völlig richtig, gibt es einfach auch noch keinen richtigen Showcase und wie gesagt, mit der Erstellung von Creative Commons 4.0 sollen einfach die Lizenzen untereinander auch vereinheitlichter werden und auch angepasster werden, was dann auch eine Kombination von Lizenzen einfacher macht. Ich will aber auch noch mal diesen Punkt aufgreifen mit NC, es gibt in einem ganz anderen Bereich, im Bereich Open Data und Open Government Data gerade eine ähnliche Debatte, die stattfindet, wo es genau der gleiche Fall ist, dass man versucht hat, eben mit einer Non-Commercial-Lizenz trotzdem von Offenheit zu sprechen, meines Erachtens ist es einfach so oder so in jeglichem Fall ein Widerspruch. Da streite ich mich aber auch gern drüber und habe ich mich auch schon an vielen Stellen drüber gestritten. Ich würde noch weitere Fragen einbringen, die jetzt sich in dem Bereich OER fortbewegen. Christine Na schrieb, voneinander lernen ist hier sicherlich das Motto. Wie kann man eine Verbindung zwischen Open Access und Open Educational Resources konkret herstellen? Wo setzt man an? Markus, willst du oder soll ich? Ich kann gern was sagen. Also, so wie es vielleicht jetzt auch rübergekommen ist, ist Open Access eher so das Generelle, also das ist so der äußere Rahmen oder der äußere Kreis innen drin. Wenn man dann auf den pädagogischen Bereich guckt, wäre dann eben OER. Aber die bedingen sich ja beide. Also in dem Moment, wo ich versuche, möglichst viele Ressourcen für mein Lernvorhaben zu finden, bin ich ja auf Open Access angewiesen. Das heißt, das ist ja insofern gleichbedeutend, dass ohne freien Zugang ich ja auch keinen Mehrwert habe, im Unterschied zu früher, wo ich auf meine Bibliothek angewiesen bin und die eben nur die Zeitschriften und Bücher vorrätig hat und ich dann eben eingeschränkt bin. Das heißt, man sollte sich da dafür einsetzen, dass, was natürlich sehr schwer ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Lehrende dazu zu ermutigen, eben offene Lizenzen zu nutzen, einen Pool aufzubauen. Also wir haben zum Beispiel bei uns hier im Institut so eine kleine Zeitschrift oder für Internet, oder eher Schriftenreihe heißt die, die eben auch unter einer freien Lizenz steht. Und das sind aber so ganz kleine Ansatzpunkte, aber wenn man eben versucht, da so einen Pool aufzubauen an Materialien, wo sich jeder dran bedienen kann, da ist technisch natürlich noch sehr viel möglich, dass man über Plugins arbeitet, die dann auf LMS wie Moodle integriert sind und ich dann per Mausklick dann da mal eine Präsentation reinstellen kann in so einen Pool. Ja, und ich glaube einfach auch, dass bei dem Thema Aktivismus rund um die Bewegung und auch die vielen Probleme, die im Schulalltag, auch mit dem Auslauf, glaube ich, des Paragraphs 52 ja im weitesten Sinne entstehen, auch wenn es alles irgendwie so eine Grauzone ist. Ich glaube, dass diese Bewegungsschiene und vor allem der Aktivismus hin zu offenen Wissen, und das ist, was die beiden einfach wirklich als Überbegriff ja auch eint, dass man einfach stärker zusammenarbeiten muss. Es gibt eine ganz, meines Erachtens, für deutsche Verhältnisse sehr starke OER-Bewegung. Ich war überrascht, als ich auf dem OER-Camp in Bremen war, wie viele Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sich mit Wissen beschäftigen, dort zu dem Thema zusammengearbeitet haben und auch zusammen besprochen haben, wie die Zukunft aussieht. Ehrlich gesagt habe ich von diesen Leuten in meinem Uni-Alltag und auch im Rahmen von Open Access noch nie was gehört, was wirklich ihr Recht ist, weil sie natürlich in einem ganz anderen Umfeld unterwegs sind und sich eben wirklich mit Lernmaterialien beschäftigen. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, weil ehrlich gesagt fordern wir so ein bisschen das Gleiche. Wir fordern offene Lizenzen, wir fordern offenes Wissen und offene Kommunikation, dass das Zielprodukt vielleicht noch unterschiedlich ist. Es sollte da nichts oder sollte nicht Halt machen bei einer gemeinsamen aktivistischen Auseinandersetzung mit dem Thema offenes Wissen. Daran im Anschluss würde ich gerne eine Frage von Armin Kage einbringen, der gleich zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage und einen Kommentar einbringt. Er schreibt, für mich als normalen Lehrer gibt es im Wesentlichen zwei Zugangsbarrieren für eine Mitarbeit an OER. Erstens, wo überhaupt den Einstieg finden, wo kann ich mich konkret und effektiv beteiligen und zweitens, Sorge um ungewollte Urheberrechtsverletzungen, bremsen mich aus. Markus, willst du? Ja, als Einstieg, um sich zu orientieren, und es gibt eine sehr schöne Plattform, die heißt ZumWiki, Zentrum für Unterrichtsmedien, die angetreten ist, aus ganz vielen verschiedenen Fachbereichen Material zusammenzustellen. Da gibt es komplette Dokumentationen vom Physikunterricht, zum Beispiel siebte, achte Klasse. Also da findet man nicht nur Material, sondern auch, denke ich, gute Vernetzungsmöglichkeiten. Ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt, den, ich habe den Namen jetzt nicht ganz verstanden, anspricht, das gleiche Problem gibt es bei dem Thema Open Access zum Teil auch. Es gibt diverse Einstiegspunkte, die ich jetzt aufzählen könnte. Es ist aber schwierig, glaube ich, für den Wissenschaftler im Alltag, genau vermutlich wie für den Lehrer im Alltag, den Einstiegspunkt zu finden, ohne jetzt zu viel über Lehrer sprechen zu wollen, weil da kenne ich mich zu wenig aus, aber der einem wirklich die Gesamtkomplexität des Themas bewusst macht. Es gibt, muss ich wieder einen kleinen Ausweich zum Thema Open Government Data machen, da gibt es so einen schönen Open Data Showroom, der mal zeigt, was eigentlich so möglich ist und was in anderen Ländern auch gemacht wird. Bei OER und vor allem bei Open Access sind mir diverse Seiten, die sowas ansatzweise tun, bekannt, aber es gibt jetzt nicht, ähnlich wie bei Creative Commons zum Beispiel, eine Seite, die einem wirklich eigentlich das Thema in seiner Gänze klar macht und vor allem auch direkte Handlungsmöglichkeiten anbietet. Das ist ähnlich wie dieses Plädoyer, was ich gerade versucht habe zu halten, für eine gemeinsame Bewegung, glaube ich, auch ein Ansatzpunkt, wo man vielleicht darüber nachdenken könnte, auch die Gemeinsamkeit der beiden Themen auf einer Plattform als Showcase mal zur Verfügung zu stellen, um Lehrern, aber auch Wissenschaftlern den Mehrwert ihrer Arbeit nochmal aufzuzeigen. Noch dazu kommt, dass es ja politisch ein heiß diskutiertes Thema ist, also gerade der Schulbereich, wo ja im Moment politisch einiges passiert, also Stichwort nur irgendwie Expertenanhörungen, wo eben Schulbuchverlage auftreten, also mit starken Interessen, starken ökonomischen Interessen auftreten, natürlich viel dafür tun, dass die OER-Bewegung nicht weiter wächst, also da jetzt nicht gerade mit der Gießkanne hergeht und versucht, die zarte Pflanze zu gießen, sondern eher versucht, sie zu beschneiden und ja, es um vielleicht ein bisschen mit der Unsicherheit aus Sielen geht, um zu sagen, wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle, wir brauchen einen TÜV und die Schulbuchverlage sind da unentbehrlich dafür und diese ganze, so wie es in den USA oder in Polen auch versucht, diese ganze Bewegung hin zu freien, offenen Textbüchern dann von vornherein zu untergraben. Das macht natürlich vom Klima her dann die Sache nicht leichter. Und die Schulbuchverlage war auch das, was ich vom OER-Camp mitgenommen habe, sind ja natürlich auch nicht blöd. Die Plattformen, die die aufbauen, sind weitaus endnutzerzentrierter als vermutlich das OpenAccess.net-Wiki oder die OpenAccess.net-Seite oder eine Barcamp-Seite. Ich glaube, dass das schon, wenn man wirklich von einer Bewegung sprechen will und es gibt an der Uni Bremen einen Studenten, der gerade zu dem Thema auch eine Masterarbeit schreibt, wo es um das Thema kann man überhaupt in dem Bereich von einer Bewegung sprechen, schreibt, wenn es eine wirklich klare Bewegung geben würde, wäre es schön, wenn die die Möglichkeit finden würde, vielleicht zusammen mit OpenAccess und OER sich nochmal darüber Gedanken zu machen, wie man das Thema in der Lebenswirklichkeit der Menschen vermittelt und nicht nur in einer sehr technischen oder verwaltungstechnischen Debatte oder nur einer rein politischen Debatte, sondern wirklich in so einer Lebenswirklichkeitsdarstellung. Das fällt mir immer wieder auf bei ganz vielen Bereichen. Ich finde, das ist ein traumhaft schönes Schlusswort, was Christian Heise gerade gesprochen hat. Ich würde mich ganz herzlich bedanken bei allen, die trotz der widrigen Umstände mitgeschaut und mitgekommentiert und mitgechattet haben. Ich möchte mich ganz besonders bei Christian Heise und Markus Deimann bedanken für ihre Expertise, dafür, dass sie dabei waren und möchte noch Werbung machen für alle diejenigen, die sich weiterhin für das Thema Lernen in der digitalen Gesellschaft interessieren. Es gibt weitere Fachgespräche als Hangout on Air. Wir veröffentlichen die Termine, beziehungsweise sie sind sogar schon veröffentlicht auf kollabitory.de slash kleines W slash Hangout-Reihe und wenn Sie das erst in der Zukunft sehen, weil Sie es als Aufzeichnung sich anschauen, dann finden Sie dort schon alle Aufzeichnungen der bisherigen Gespräche. Es war sehr spannend, vielen Dank in alle Richtungen und alles Gute, bis bald. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017